Prof. Dr. Peter Seetz berät schon seit über 25 Jahren namhafte Unternehmungen aus dem In- und Ausland in Kommunikations- und Designfragen. Durch die Initierung und Leitung des Red Dot Award hat er mittlerweile weltweite Bekanntheit erlangt. Peter Seetz, welche Rolle spielt das Design im Innovationsprozess? Design macht Innovationen für uns überhaupt erst anwendbar. Wenn Sie sich vorstellen, eine rein technische Erfindung, eine technische Funktion, ohne dass die in eine entsprechende Gebrauchsform gebracht wird, lässt sich ja im täglichen Leben gar nicht anwenden. Und insofern ist das Design die andere Seite der Innovation, nämlich die, die Innovationen für uns zugänglich zu machen. Welche Entwicklungen prägen aktuell die Branche? Neue Materialien, intelligente Materialien natürlich, die ganz neue Möglichkeiten eröffnen, von der Mode bis hin zur Möbelgestaltung oder Autogestaltung. Dann natürlich kommt es darauf an, in welchem Bereich wir uns bewegen. Zum Beispiel bei der Automobilindustrie geht es natürlich alles um elektrische Autos und um die selbstfahrenden Autos. Also um eine Technologisierung auch in unserem Alltag und damit natürlich auch im Design. Nebst der Technologisierung, wie hat die Digitalisierung das Design verändert und das Design inspiriert? Es ist noch nicht so ganz so intensiv, aber es wird richtig schlimm kommen, sage ich mal. Also mit der Hilfe der Digitalisierung ist es ja möglich, Produkte aus dem Computer heraus zu entwickeln. Man braucht eigentlich nur noch bestimmte Parameter eingeben und es gibt bestimmte Software bereits. Und die machen dann einen Optimierungsprozess und werfen sozusagen die beste Lösung heraus. Und für den Designer bleibt dann oft nur noch die Möglichkeit, diese beste Lösung, die nicht vielleicht die ästhetische Lösung ist, dann im Grunde genommen tatsächlich das zu machen, was man nie machen wollte, nämlich diese beste Lösung zu schminken. Und das ist natürlich ein Albtraum für jeden Designer, aber gleichzeitig ist es bestimmt ein großer Traum für die Menschheit, nämlich die Produkte haben zu können, die man haben möchte. Peter Seetz, wir hoffen trotzdem auf gutes Design. Ganz herzlichen Dank. Und wenn Sie weitere Informationen wünschen zum Swiss Innovation Forum, dann gehen Sie online auf www.swiss-innovation.com. Vielen Dank.